Hallo, ich bin meine kleine Hobbit-Detektive und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Jenny LeClew. Ja, also ich sehe hier jede Menge Wasser, Wasser und noch mehr Wasser und schaue mir gerade aus dem Fenster raus. Oh, ihr könnt euch auch gar nicht vorstellen, also heute Mittag hat er so dermaßen runtergeregnet, also ich hätte auch noch rein theoretisch einen Wäschbottig rausstellen können und das volllaufen lassen, dann hätten wir ja schon ein Gardis-Bad gehabt. Ja, was soll's. Oh, auf jeden Fall, alle Gäste, also die Gäste wieder draußen gesessen und sie blieben draußen, sie mussten nur draußen das Essen servieren, also das war eine Katastrophe. Ich jedenfalls habe mich sehr warm eingepackt, oh, ein bisschen kuschelig, noch ein bisschen heiß Kakao nebenbei, Falute. Ah, gut ist gut. Und jetzt blieben wir noch ein bisschen von Jenny LeClew. Also, wir haben ja eben CJ getroffen und wir wissen jetzt nun, dass er absolut nicht in der Bibliothek war, also zu dem Sprechen kein Zeuge. Was ist denn jetzt schon wieder? Schon wieder ein Puzzlestück? Schon wieder ein Puzzlestück? Ich meine, wir sagen, ich habe hier im Anfang einen Schläge eins gehabt beim letzten Video. Ah, ein Sticker. Der Flit? Okay, gut, gut. Weg durch den Vergessenen Wald. Weg durch den Vergessenen Wald. Weg durch den Vergessenen Wald. Voted most likely place to be eaten by bears. Arthurton Gazette. Wahrscheinlichste Ort, um Bären gepressen zu werden. Mh, hm. Na, da wollen wir mal sehen, ob Mama Bär und Papa Bär schon bereit sind für uns wie ein kleines Junge aus der... Ja? Stromausfall schon wieder. Aber er hat das Vorteil. Jetzt sehen wir sozusagen hier die Dunkelheit. Die können uns also uns wahrscheinlich besser gar nicht mehr gut sehen. Aber wie sie uns eigentlich jetzt nicht erzählt, hier anstarten, im Schreiber. Aber das ist ein hübsches Bild, muss ich sagen. Also gut, dann steigen wir uns nun in die Dunkeln, Fenster im Wald, wo uns vielleicht ein Bär auffressen wird. Wollen wir wetten, dass wir nicht so viel Glück haben? Aha. Und jetzt hat es wieder Strom. Okay, dann haben wir den Notstromaggregat angeschaltet. Gerade, als wir in den Wald einsteigen wollen. Nein, wie gut ist das eine steile Treppe. Jannis Vorstellungskraft spielt ihre Streiche. In Finsternis war jedes Geräusch eine Bedrohung. Oh, das kennt man ja. Jede Schatten ein Monster. Auch ihr eigenes. Aber sie war fast daheim. Oh, oh. Äh. Jede Menge Krähen und Leuchtpilze. Auch próst Diggerore können. Ich hab die Krähen und Lüinté 머�erel an Euch übrigens innen verkauft. Den Baum sollte man auch dringend fällen, das wäre typisch für das klassische Zeichentrick-Horror, den aufgerissenen Mund von dem Baum, das wäre nur noch die Augen, die Krähen, das nenne ich erstmal ziemlich ein unheimlicher Wald, und das ist noch ein Baumstumpf hoch, yeah! Machen wir eine hier, eine Bramble, eine Mountain King, Upsi, oh Mist, jetzt kommen wir gar nicht mehr zurück, aber da vergisst du dich noch einzusammeln, wieso dachte ich mir das hier, was ist? Ah, mit den Leuchtpilzen, okay, gut, und jetzt weiter durch den tiefen, dunklen Wald durch, durchlaufen, keine Ahnung, wo wir sind, und was wir sind, äh, wo wir jetzt Ah! Ja, ich würde sagen, sie ist zusammengebrochen! Ja, also das trinke ich jetzt gerne mal einen Schluck, ha, Bröstchen! Ja, also jetzt bitte! Was hast du gegen heißen Kakao? Oh, ja, ich würde sagen, wir sind ein bisschen positiv, äh, immer so, wenn der Tod eins negativ ist, ja. Also, wollen wir jetzt hier rüberspringen, oder was? Oh-oh! Oh-oh, gleich krach die Brücke zusammen! Ja! Oh, je! Oh, je! Jürgen, sie war nicht überrascht, die abgerufen zu spiel? Mama sagt immer, ein großer Detektiv nimmt bei ausgelistend Risiken. Gut, aber bist du wirklich so eine Sportskanone, dass du da hier rüberspringen kannst? Also, lass uns die Mathe machen. Chancen berechnen. Okay. Schauen wir mal. Sechs Fuß, 1,80 Meter, schwer beschädigt. Der Bruch ist zu weich für einen Raufschraub. Dachte ich mir schon, athletische Kräfte oder ihr Mangel daran? Zwei von dreimal schaffen würde sie das. Äh... Und jetzt? Wie kalkulierst du jetzt? Das war ein sauberer Abgang, oder? Jetzt können wir uns unten halten. Okay. Vielleicht waren die Wahrscheinlichkeit nicht so gut. Und jetzt war sie von einer splinterten Plank, einmal weg von bestimmten Todes. Äh... nach unten. Nein, deswegen ist es etwas. Oder kann ich hier nach links? Nein. Diagonale kannst du nicht runterklettern. Gut. Das wäre dann sicher noch auch noch etwas gewesen. Das wir dann auch wahrscheinlich erarbeiten könnten. Irgendein Sammelgegenstand. Also das würde ich jetzt, äh... Ein ziemlich lächerlich finde ich jetzt. Wie wäre ich jetzt hier entlanghangen können? Okay. Zuerst gehen wir hier mal nach rechts. Da geht sicher etwas einzusammeln. Und wie viel wetten wir da? Und wie viel wetten wir? Jetzt habe ich wahrscheinlich die Wetter verloren. Hätte ich nach links gewusst. Und was einzusammeln. Oder? War's geblinkt? Ah! Da unten! Wo sie ganz nach unten? Na toll! jetzt nehmen es ist doch für die mumie also erhoffser falsche taste sorry die wir jedes mal die falschen tasten tatsächlich das ist doch tatsächlich für das bild noch also das kann sie aber eigentlich noch die wette gewonnen aber wenigstens etwas ja dass man hier nicht einfach umspringen kann das wäre es eigentlich praktisch wird es schneller gehen oder schon in der engen rätsel bisher hier so entlang halten kann und überhaupt wie die brücke überhaupt noch überhaupt stehen kann ich meine hier ist doch alles durchbrochen jeder einzelne balken also ist das lebenspannung so stabil hier hast du schon ein gehabt zwei drittel das hat es geschafft was ist die end frau tiny hero als er spindly muscles began to give way an image flashed before jenny's eyes her mother dangling from a ledge unable to pull herself to safety how could she possibly save her family when she couldn't even save herself i can't give up now mom needs me jenny had barely survived was she really prepared for the dangers that lay ahead it's too late to turn back now it might have been her recent brush with death but jenny's heart was pounding in her chest das ist doch nicht nicht wie herz anscheinend gibt es hier ein magnet das ist nicht mein herz das ist CJ's compass die Niedel ist schade wie verrückt okay aber was stoßen wir jetzt hier das ist man sicher noch als ein galerie gegenstand wow ich lauschen baum treten die Praktisch, wenn wir jetzt erst noch hier nach links schauen. Hier gibt es eine Höhle. Oh. Dann geht es hier einfach oben weiter, oder? Dann muss ich jetzt kurz nach rechts schauen und sehen, was man dort einsammeln kann. So viel Zeit muss sein. Nicht runtergucken, Jenny. Nicht runtergucken. Das geht gar nicht, den Gegenstand. Oder einfach nur ein Blatt. Hm. Erstaunlich. Also nein, hier geht es wieder zurück, gehen nach oben. Okay, sorry Leute, dann gehe ich jetzt auch wieder zurück in die Höhle. Und das sollte man auch irgendwie besser darstellen können. Dass man weiß, wo man jetzt da hingehen kann. Ich glaube, er plötzlich einfach noch etwas verpasst. Ja, ja, ich weiß, wir müssen hier nach links in die Höhle. Dort gibt es jede Menge Eisen, wo es dann die Nadel durchdrehen lässt. Leuchten Fels zu besuchen. Und zuerst mal das hier. Ein Fetzen. Eine andere Postkarte-Pieße. Wunderbar. das letzte jetzt natürlich gesammelt weiß dass wir können jetzt hier wieder alles zusammenstellen dass wir nicht nehmen dass wir das hier das geht schneller jetzt geschafft wir müssen nicht 100 prozent genauso eingeben also sein muss wenn der andere spieler sind sie nicht so tolerant vier mumiener was ist die vierte oh man kann da hinten noch lesen stimmt ja kurz was andere noch lesen hallo schwesterherz das würde dir sehr gefallen es ist als würde hier immer herbst sein mein erstes studienjahr war sehr turbulent die abschlussarbeit fällt mir echt nicht leicht mein tipp wäre niemals alte arbeit als hauptfach alte arbeit und kultur aber sei es mit mumien zu tun ich war letztens im museum um mich da ein bisschen inspirieren zu lassen da habe ich ein paar richtig schöne schmuckstücke gesehen pt ganz fest ganz fest von mir hat ihm der knochen gefallen die ich letztens geschickt habe geschickt hat ok es ist der rund aber interessant was ist eigentlich das hier in einer Art koordinaten oder wie ich bin mir das mal kurz drehen aha liebe mal im ferienlager läuft super wir haben letzte nacht einen ausflug zur sternenwarte gemacht ich habe noch nie so viele sterne gesehen ricky kannte alle sternbilder er ist so schlau total süß und er hat meine hand gehalten juhu wir werden heiraten keine sorge ist nur zwei jahre älter als ich wieso schreibst du das wie alt war dein letzter etwa bitte erzählte nichts davon ich vermisse euch habe euch lieb stella auch hier in lager hat man nur zwei mal die möglichkeit gehabt das war eigentlich ein katastrophe total langweilig in der schule ja jetzt jetzt kann ich jetzt was die compass was pointing jenny paused for a moment und listened it was quiet but distinct a constant pulse mechanical unnaturl mann made ups ich habe mir kurz kontrol aus der Hand gefallen aber außerhalb als der lösung, die er emittet, diese rocke war wie jeder andere in der Forst das war alles? es gibt hier nichts? ok, gut ja, 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 willst du dir? wir haben es gefunden brauchen wir jetzt nicht nochmal durchzuschauen hier kann ich leider nicht rennen hier kann ich leider nicht rennen nehmen wir schon die Ballons halten jenny du mit deinen spagettibeinen die sind ja wirklich dünn aus, so richtig zu brechen kannst du froh sein, dass du da sonst Feststurz nicht etwas Schlimmes erlebst hast was du gebrochen hast gerne damit kann ich nicht kann ich nicht kann ich nicht nein, kann ich nicht ja, ok, na gut jetzt machen wir hier weiter hier ist nicht einzusammeln ah und unbeerdt stürzen wir uns einfach in die Tiefe und sind nun auf der anderen Seite der Brücke und sind nun auf der anderen Seite der Brücke hurra und hier ist es einzusammeln wieder ein Galerie gegenstand ja das eine wahrscheinlich habe ich jetzt nur ein einziges verpasst vielleicht aber auch bei der Bootenfahrt wahrscheinlich noch einen können wir am Schluss nochmal nachsehen muss ich eh nochmal ein bisschen aufnehmen wegen der einen Antwortmöglichkeiten wir noch verpasst haben meine Fresse hier erinnert mich ein bisschen an den Level von Asterix und Obelix bei den Briten das ist ja bei der SNES Version eines Spiel wo man hier die ganze Druck klettern musste während der Piratenkapitän die ganze Zeit seine Fässer runtergeworfen hat ha 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 das ist ja ein schweres Spiel und jetzt haben wir hier jede Menge Laubkletter wo man hier und was ist und Jubel eine Luke mit ein Sticker dran Äh, wieso? Okay, ich würde nur herausfinden, ob er hol ist. Aber den Verbänden ist hier immer ein Knopf und dann schaut jemand nach. Da. Okay. Gut, okay, das dreht sich nur einmal. Äh, das ist im Uhrzeigersinn, die Gegen Uhrzeigersinn. Mhm. Plus, Minus, schauen wir mal. Eigentlich ganz. Äh, fast. Noch ein bisschen. Das soll wahrscheinlich noch ein bisschen zu viel gewesen sein. Ah, Millimeter, Leute, das ist doch Millimeterentscheid. Nein, die brauchen wir noch nicht. Hä? Komm schon, das zählt doch, klick ja. Und sonst, Sesam öffne dich. Dann wollen wir nur noch ein paar rausgehen. Wo kletter ich jetzt runter? Ja, so. Und abgesteunter Metallischer Geruch. Aha. Also wahrscheinlich schon länger Zeit noch fliehen wir da unten. Ich bin gespannt, wo sind wir denn hier jetzt drin? Was zum Huckuck ist das? Auf jeden Fall ein großer roter Knopf. Rücken wir mal. Ein Strom. Wir fangen in der Dunkelheit. Das war nicht gut. In all her short life, Jenny the Clue had never found herself in such a peculiar place. The town that once seemed a small lifeless pond was suddenly an ocean of mysterious possibilities. Equal parts terrifying and intriguing, it was incredible. Definitiv. Yes. An incredible mystery in her very own backyard. Das mysteriöse Labor. Ah. Knöpchen drücken, Leute. Das möchte ich schon über jeden Labor ausprobieren. Jeden Knopf ausprobieren. Jeden Hebel. Please enter authorization code to begin. Authorization code? How am I supposed to know that? Das müssen wir noch herausfinden. Kann ich hier nach oben noch etwas machen? Nein? Okay, schau. Hier kann ich auch nicht drüber. Kann ich hier nach unten? Was das tun? Jenny wiped away a thick layer of dust. Köh, 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 köh. Jeez, how long has this been here? Good question. But Stephanie doesn't have alien technology. It's not human. So, it's a prevention. Clearly the equipment had laid dormant for a long time. And yet... It's so futuristic. Straight out of those comics Keith is always reading. Starship Cadets and the Race for Space. Are you a fan of Star Trek, Star Wars, Babylon 5? It feels... Alien. Now I'm starting to sound like CJ. There must be a logical explanation for all this. But its purpose would remain a mystery. Jenny dared not touch its intricate interface. I'll just press all the buttons and see what happens. Oh dear. The English is out of the house. At least we have to do the techniques. Okay. Okay. Ah. Ah. Jetzt gebe ich einfach wild. Einfach, wenn ich mich knüpfe drücke. Aha. Gut. Ah, ich gebe schon langsam ein richtig gutes Knall. Ah. 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 Mhhhh. Ah, Die sauf 안에. Ah. Ah! Ah. Das wird so nichts. Also gut. Ah. 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 Schau mal aus in Ordnung. Aber absolut keine Ahnung, was ich hier mache. Das sind jetzt natürlich so bedarfts Rätsel hier. Als Jenny die Dialen verbringte, hörte sie etwas hidden in der Stattik. Und mit Zufall schafften wir es tatsächlich. Aber so kann es nicht bein. Also hier wirklich keine Ahnung, das ist wirklich Blinds jetzt gewesen. Aber jetzt habe ich tatsächlich nicht so schnell gelöst hier. A Voice? Aber was ist er denn? Nein, das ist einfach ein Kult. Und so hat sie es in ihrer Journal geschrieben. Gut. Mal schauen, du hast ihn. A149, das hast du jetzt alles aufgeschrieben. Okay. Looks fancy. Aaaaand broken. Hm? Was ist das? Wo hast du gerade geblinkt? Wormisch. Hier? Wetter? Oder ist es? Definitiv kein Alien-Technologie. Oh, toll! Es funktioniert! Sag jetzt bitte nicht, das ist jetzt der Geheimcode. Eins, zwei, drei, vier. Die ist nun nur die fünf. Das wäre dann sozusagen der Geheimcode für meinen Körper. Eins, zwei, drei, vier. Das muss der Unternehmenskode sein. Ich hätte das gewusst. Was ist das? Und es gibt tatsächlich viele Leute, die verwenden so etwas aus Code. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Genauso, genauso verabschieden von den vier, drei, zwei, eins. Oder Passwort. Ah. Also wenn da mal mein Passwort knappen müsste. Ha, viel Spaß! Please enter authorization code to begin. One, two, three, four. Code accepted. System authorized and on for activation. Also man könnte meinen, die ganze Technologie kommt vom Planeten Spaceballs. Und dann muss man den Hebel. Gut erzählt, hier ist Simonin Hebel. Ah. Scare hermetically sealed. Der ist Hemmage abgeriegelt. Okay. Passt uns. Magnetic transducer coils targeting. Relatational phase harmonics stabilized. Provencing Experiment 8, Module 37. Experiment? Oh yeah. What's happening? Blaus, ich weiß das. Ich weiß so wenig wie du. Radioactive safety organs cleared. Grenzrecht für die adoptive Sicherheit aufgehoben. Running at 54% efficiency. It says it's working. But what's it doing? Remember. A healthy employee is an effective employee. Nur ein gesunder Arbeiter sind effektive Arbeiter. Hört sich so an wie in der klassische Wolf von Jeremiah Fink. Please leave the station for your mandatory 15-minute smoking break. Oh, so eine 15-minute Pause? Praktisch. Decompressing Spherical Chamber. Ich sollte hier rauskommen. Bevor meine Haut schmerzt. Das ist definitiv. Und vielleicht sehen wir jetzt mal. Vielleicht sehen wir etwas. Nein? Auch nichts? Gerade. Absolut gar nichts. Wenn du mich wirklich interessiert, was das jetzt genau ist hier. Ach, du willst spätten Susi dabei gehabt. Die würde uns das jetzt erklären. Hoch. Schwebende Steine. Die boulders muss aufweighed a tonne each, yet they floated in the air like balloons. CJ sagt, er sah eine swarm of UFOs circling the Forgotten Forest. Was Jenny beginning to make sense of CJ's wild ramblings? Ich brauche einen Kaffee, um alles zu verpacken. Oh Gott. Ja, noch rechtsseitig. Obwohl hier auch es runtergekratzt ist. Oder runtergekratzt ist. Nein. Zeig bloß, das ist dein Besteck. Keine Langeweile erlaubt. Ja, aber schon lange nicht mehr benutzt, man sitzt schon an der Leiter. Ich konnte nie da auf mich selbst hochklappen. Keith musste immer, um mich zu helfen. Sie schenken und planen und schlagen, nie zu lassen, dass nichts zwischen ihnen kommen wird. Ja, und dann eben... ...den Tod, die Beerdigung... ...die Leiche, die du aus dem Sarg rauskulern gelassen hast. Aber schade, ich möchte jetzt gerne hier hoch. Alleine schon viel in den Eindruck. Was war das? Oh oh. Der Geheimplatz ist also gleich hinter unserem Haus versteckt. Steven! Steven! Okay, der wird langsam nervös. Steven! Also, dazu reagierst du jetzt, he? What? Oh mein Gott, Steven. Das sieht ja auch nicht besser aus. Anscheinend ist es wichtig, als Polizist immer Schnurrbart und Bart zu haben. Und ziemlich eine ungekämpfte Frisur. Did you hear that? What? I'm telling you, man. Not this again. Something's out here. Something big. Was ist unser Haus? Nein, das übersagen sieht doch hübsch aus. Real big. Okay, keine Angst, Shrek ist nicht da. There's nothing there. But I'm getting some super spooky vibes, man! Habe sie auch nicht zu schnell gedrückt, sorry. For the last time, Kevin. The radios are for emergencies only. Und er heisst natürlich auch Kevin. Oben drin noch Kevin. Oh Gott, der arme Typ ist gestraffes Leben. That was lucky. I need to be more careful. The house was swarming with police. But she knew this place like the back of her hand. If anyone could find a way in, it was Jenny LeClue. Ja, sie kennt's wahrscheinlich genauso gut wie Scotty. Der Raumschiff Enterprise kennt, er kennt das Raumschiff so gut wie seine Westentasche. Und er doinkt voll mit der Birne gegen irgendwas gelaufen. Aha, hier haben wir das Fenster, das Schornstein. Weiteres Fenster. Not going in that way. Also ich vermutlich wollte einfach nur den Polizisten auswählen. What could the police have found inside her house? And if they found what they're looking for, why are they still here? Haben sie nicht. Ah, da müssen wir rein. Dang, they've got the back door covered too. Ja, aber wenn's nicht lustig, wir würden uns einfach den Kürbiskopf nehmen. Und bisschen noch Holz und alles so richtig groß und monströs auszusehen, dass der in Panik davonrennt. Das wäre doch viel lustiger, als hier einfach nur reinzuschleichen. Oh, wer? Der, der wird. Einfach nur kurz eine Ehenrunde hier drehen, zum schauen, ob es hier noch was anderes gibt. Aha. Ein Stick von einem Polizeiauto. Nice. Bis nur noch, dass Jake oder Elbow-Blues da drinnen herumfährt, dass er drinnen sitzt. Das wäre neu, das. Aber gut. Ansonsten sehe ich hier, glaube ich, nichts zum Einsammeln. Oder? Was hier? Nein. Okay, gut. Dann hier. The window was ajar. The frame damaged. Somebody broke into my house. That's my job. Hehehehehehe. But who? The police had used the front door. Whoever it was, that's my way in. Whoever it was, that's my way in. Okay, gut. Okay, jetzt machen wir hier ein, äh, a little miss for you. One false move and the game would be up. Okay, jetzt muss kurz mal schauen, wie lange habe ich Zeit, um jetzt noch hin zu rennen. Ich habe nichts mehr rein, ich muss da rüber krabbeln. Gut. Jetzt rüber, schnell. Hey! Who goes there? Missed. Jenny would have to think fast, or risk being jailed like her mother. Here goes nothing. Haha! Huhuhuhu. Huhuhu. 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 Stephen! Please tell me you're there. What's up, buddy? Haha, I think you should know. And I say this with 100% certainty, that there's a... Spit it out already. There's a mountain lion out here! Huhuhu. 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 Very likely. They're indigenous to this area. What? Just don't let it eat you. I don't need any more paperwork. Oh, God. I think I'll just, uh, head inside for a minute to, uh, to check on something. Huhuhu. That was close. Ah, I'm not... Ugh, I knew that, uh, I knew that it was an l porc. You couldn't do something like this. ...there, um... ...to, we're, uh... So, I'm gonna, uh, uh, here... ...do I ask that. Uh-uh, uh, 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 uh... Well, uh, let's do it. Uh-uh, uh, let's do it. Uh-uh. Uh-uh? Natürlich, wenn ich steige jetzt durchs Fenster. Doben wär's nur, wenn jetzt der Polizist da drin wär. Ja, da müssen wir aber ein Einbrechen... Ja, da müssten wir eh drüber diskutieren, aber wenn du das gerne wieder machen würdest, dann wär der Einbrecherin. Ich bin schließlich ein Ehrenkodex. Aber gut, ich würde sagen, das war's mal für heute. Ich würde sagen, das Spiel macht mir einfach Spaß. Tut einfach mal gut, abseits mal von der ganzen Arbeit mal so, jetzt lustiger zu spielen. Das nächste Spiel wird aber leider, was ich euch schon geplant habe, die nächsten zwei, drei Spiele, die ich geplant habe, werden sicher nicht mehr so lustig sein. Das werden ja ein bisschen mehr gruseligere Spiele sein. Aber eben, das werden wir dann beim nächsten, also eben, das ist Zukunft Musik. Also dann, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr es euch gefallen habt, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ich einen Kommentar würde, würde mich auch mal freuen. Ich bin euer Mr. Pauls und sage Cheerio, bis zum nächsten Mal.